Ich wollte echt gerne wissen, ob wir die nochmal wiedersehen würden. Okay, ja, dann geht's weiter mit Russell. Oder mit Bonnie? Nein, mit Russell. Wir machen erstmal Russell. Okay, ich... ah, ich muss ihn steuern. Wir haben einen Rucksack, der offensichtlich schwer ist, und eine Karte. Ach, nur noch 100 Kilometer. Das ist ja... um die Ecke. Quasi. Okay, können wir laufen? Nein, können wir nicht. Wir haben hier das Schild. Ja, auf die 5 Kilometer kommt's jetzt auch nicht mehr an. Da ist, ähm, da... pass auf. Okay. Hoffen wir mal, dass er das auch... Okay. Sind das die Kerle von vorher? Wir bleiben hier. Wenn mir irgendetwas komisch vorkommt, hau ich ab. I see anything weird, I'm running my ass off. Bang! I just killed you. You're either stupid as fuck or you think you're tough shit. Or both, I guess. Ich will keinen Ärger. Ich will keine Probleme, bitte. Standing out here like this ain't gonna get you nothing but trouble. Just leave me alone, please. I might hurt no one. How do I know that? Maybe you're just walking this highway looking for some tail. You're gonna end up hurting somebody. Maybe killing you right now does our troubled country some good. But honestly, I ain't no do-gooder. I'm gonna let you live. Okay. So you have some balls on you just standing there like that. You get killed eventually. Ain't none of my business. I won't... What's your name? Ashgeiger. Asswife. I was gonna say you look like an asswife. Asswife ain't got any manners. Mom of asswife didn't teach him any manners. But maybe she named you Russell, and you didn't lose the manners till later in life. Unless you stole that bag. Oh. Oh, wie süß. Da steht da sein Name drauf. Ich bin in keiner Gang. Ja, okay. Ich würde mitfahren. Oh, Gott. Das ist bestimmt die falsche Entscheidung. Das ist doch der Typ aus dem zweiten Teil, oder nicht? Das Auto, das ist das zumindest. Ich will diesen Scheiß nicht. Ich will diesen Scheiß nicht. Der Scheiß nicht? Ich weiß nicht was, was du sprachst. Ich habe das verdammt. Ich habe das verdammt. Ich habe eine halte Zeit, um zu machen. Ich versuche es zu machen. Du kannst nicht machen, was ich machen. Okay, schwerer Mann. Wir beide wissen, dass das nicht wahr ist. Aber okay. Wir machen dir ein bisschen gut. Du willst mir erzählen, wo du bist? Du bist mit einer Crew? Keine Bräute. Keine Bräute. It's the same every time. He... he... Let it out, Paco. Just... are we going to kill these folks and take this stuff or what? Then bang! They'd be dead. Anyway, I couldn't handle that. After weeks of it, I packed my shit up and figured I could make for Grands alone and try to find my family. I slipped out of there. I couldn't live like that. Hm. So nobody got down with the daughter then? No, they didn't. What would you give her? Strong six? Just tell me something about her. How was the rack? Give me a little something. Just a taste. Russ, I'm doing you a service here. I got to get a big quest. I put it right in here. You're fucking rude, man. Asswipes giving me fucking manners lessons? Let's try again. Alright, maybe someone who wasn't so near and dear to your heart then. Oh... Äh... What the fuck? What do you think? Oh! Oh! What do you think? Oh! Oh! Zehn, okay. Zehn. Oh oh. Alter. Psycho. Zaplus ist zu Ende. Nein? Okay, ich dachte schon. Äh. Ich verziehe mich. Ich fang mir ne Kugel ein. Ich verziehe mich. Nein, ich verziehe mich nicht. Ich verziehe dich. Dieser Mann kann nicht auf die breite Seite eines Kugel. Just move your ass. Äh. You crazy son of a bitch. Was war das? Ich, ich. Okay. Okay, nochmal von vorne. Jetzt war ich aber, das ist, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So, nochmal von vorne, okay. Und dann werden wir einfach durchlaufen? Ach komm, wir versuchen was anderes. Ich bin nicht sauer. Okay. Wieso läuft der eigentlich so weit? Das ist doch bescheuert. Hast du jetzt Munition? Okay. Lauf, 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 lauf. Okay. Arschloch. Was machen wir jetzt? Okay, am Rand. Achso, cool. Okay. Also. Ja, super. So kommst du doch nicht mehr vorwärts. Okay. Ich drück immer noch Kug. Aber es wird wirklich gut. Na toll. Okay. Du willst mir Deckung geben? Ich geh, ich geh zuerst. So. Läuft! Okay. Scheiße. So, schnell zurück. Okay. Okay. Der ist da vorne. So. Sicher? Da sind die Wachhunde. Schnell, 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 schnell. Fuck. Okay. Danke. Danke. Und was ist, wenn es mehrere sind? Und was ist, wenn es mehrere sind? ist das? Oder ist die Wache? Oh. Ähm. Ist es noch gefährlich? Ja komm wir töten ihn Da sind mehrere Das sind doch mehrere Alter Okay Da sind aber trotzdem mehrere garantiert Eine Okay Okay Hm Drücke und halte die linke Maustaste Bewege die Maus dann schnell vorwärts Was? Was muss ich machen? Okay Ich war nicht schnell genug Ich hab Schiss gehabt Was? Oh Was ist denn mit der Frau? Oh Oh Gott der Wahnsinn in seinen Augen Äh Ich habe genug Tschüss Was ist denn mit der Frau? Was ist denn mit der Frau? Oh nein Oh So ein Psychopath Und jetzt Was ist die Ist die Story zu Ende oder? Oh